Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Der AfD-Parteitag in Essen setzt sich fort. Bericht über den AfD-Parteitag in Essen. Der Parteitag der Alternative für Deutschland AfD in Essen geht in die nächste Runde. Nach der Diskussion verschiedener kontroverser Themen in den letzten Tagen steht die Partei weiterhin vor großen Herausforderungen. Die Debatten verdeutlichen die internen Spannungen und die schwierige Ausbalancierung zwischen ihren unterschiedlichen Flügeln. Am Samstagmorgen begann der Parteitag mit einer hitzigen Debatte über die zukünftige Ausrichtung der Partei. Parteivorsitzender Tino Chrupalla eröffnete die Veranstaltung und betonte die Notwendigkeit einer klaren Positionierung in Zeiten politischer Unsicherheit. Wir leben in Zeiten, in denen die Wähler von traditionellen Parteien enttäuscht sind, sagte Chrupalla. Es geht um uns, eine rechtliche Alternative zu geben. Ein zentraler Punkt auf der Agenda war die Diskussion über die Partei mit der Europäischen Union. Die AfD hat in der Vergangenheit wiederum die Kritik der EU in der Vergangenheit und die Begriffe für Deutschland verabschieden wurden. Der sogenannte Dexit ist jedoch innerhalb der Partei umstritten. Während einige Delegierte einen konsequenten Kurs fordern, plädieren andere für Reformen innerhalb der Union. Der Austritt aus der EU ist keine Lösung, sondern pure Utopie, sagte Dietmar Friedhoff, MdB. Auch die innerparteiliche Auseinandersetzung zwischen dem gemäßigten Flügel und dem nationalkonservativen Flügel prägte die Debatten. While leading members like Alice Weidel and Alexander Gauland advocate for a tough line, others demand a return to more moderate tones in order to appeal to a broader voter base. Thuringian AfD chairman Björn Höcke, a symbol of the right-wing faction, also stirred controversy again with his speech about the purity of German culture. Another focal point was the strategic orientation of the AFD for the federal election. According to current polls, the AFD is at about 10%, which is not enough for a serious participation in government. Die Parteiführung forderte die Delegierten daher auf, sich einheitlich und deutlich für die kommenden Wahlkämpfe aufzustellen. Innere Zerrissenheit führt nur zu Stimmenverlust, warnte Weidel eindringlich. Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes war ebenfalls Thema. Die Delegierten diskutierten über die Auslegung der Meinungsfreiheit, insbesondere in sozialen Medien. Einschränkungen in sozialen Netzwerken dürfen der politischen Arbeit nicht im Wege stehen, so der Antrag eines Delegierten. Ein weiteres Thema war die Positionierung zur Klimapolitik. Die AfD betonte ihre Ablehnung zu den vorliegenden Maßnahmen der Bundesregierung und sprach sich für eine technologische statt ideologische Lösung zur Klimakrise aus. Der Parteitag endet voraussichtlich am Sonntagabend, wobei noch wichtige Entscheidungen anstehen. Die Atmosphäre bleibt angespannt, aber die Parteiführung zeigte sich zuversichtlich, dass man gestärkt aus den Diskussionen hervorgehen werde. Eine lebendige Debattenkultur ist der Kern unserer Partei, meinte Chrupalla abschließend. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie sich die entschieden angesprochenen Themen auf das außenpolitische Profil und die innerparteiliche Einheit der AfD auswirken werden. Anita Farke, Sonntag, 30. Juni, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.